Du bist zu lieb! Hab ich mich selbst gekocht! Nein! Oh mein Gott! Oh ja! Gute Sachen müssen wir machen, außer für die... Oh Mann! Nein! Kante! So eine Scheiße! Als ob du noch lebst! Finisher! Ja! Alter, du Lacke! Zweimal gefinished! Ja! Ja! Ich war schon so lucky, dass du mich nicht gedöhnt bekommen hast! Hä? Und da fragt man das? Wo bist du eh? Hab ich mich selbst gekocht? Nein! Oh mein Gott! Oh ja! Da? Piss dich, Alter! Kommt her, Alter! Ich hab ein Ausschirmes für euch raus! Ich muss was tolles, Alter! Der Cut war geil, Alter! Du bist halt hier! Oh mein Gott, Roman hat mir den Kill geklaut! Ja! Ha! Ha! Get sick! Oh nein! Hä? Wo bist du hin? Er springt zur Seite hoch und ist plötzlich komplett woanders! Ich bin runter gespürt! True! Ich bin ein Toast, Alter! Weißt du, die Hälfte der Zeit lauf ich hier nur rum und suche Zeug! Anstatt so richtig zu kämpfen! Das ist ja auch mal wie du schubert! Ja! Ressourcen sammeln! Aber ich meine, ich such's so richtig, weil ich nicht weiß, wo's ist! Ich hab's jetzt nur den Granaten-Mod gefunden! Ich hab keine Ahnung! Ich hab doch gesagt, machen wir War-Up! Nö, das Spiel! Das War-Up hätte nix gebracht! Du hättest auch, du wirst du wo das ist! Hä? Hä? Ja, das merk ich mir doch nicht so oft! Selbst der Granaten-Launch hab ich nur mit Glück gefunden! Dann brauchst du dich nicht beschweren, okay? Dann ist jedes Spiel für dich scheiße, indem man sich das tut! Hä? Danny, was willst du damit jetzt? Ich versteh nicht, was du damit sagen willst! Hä? Dann ist ja alles für dich nervig, jedes Spiel, was du nicht kennst! Ja, was ich damit sagen will, ist einfach nur das, wie ich meine Zeit in dem Spiel hier grad verbringe! Mehr nicht! Aber, ja! Aber du sagst es so, als wär's schlecht! Willst du mich jetzt diskriminieren wegen meiner Stimme? Ja! Ja! Ja, also dann! Weißt du, Leo, ich glaub, du machst immer irgendwas, wo du denkst, du machst voll den guten Move! Aber ich lauf hier einfach nur rum! Und versteh nicht mal, dass du wirklich irgendwas machst! Ja, okay! Ja! Wie komm ich hier raus? Hä? Das wird doch Spaß verspielen! Ja, ich lass dir deinen Spaß haben! Hä? Wie komm mal bei der Superschaft dann raus? Irgendwie bist du so richtig verspielen! Ja, okay! Wie komm ich hier raus? Hä? Ja, stimmt! Also Kasper, wir töten es nicht mehr, okay? Auf geht's! Oh, scheiße! Ist hier! Ey, hör doch auf! Und sowas! Oh, Triple Kill! Nein! Bitte nicht! Du Fotze! Ich find nie Waffen! Alter, den will man! Was denn? Das ist nicht mehr ein Problem! Du hättest aber auch... Spielen... Machen... Juck dir nicht! Oh, fuck! Oh, fuck! Fuck you! Also wer des Quake Champions... Wer des Quake Champions... Hätte ich euch schon alle abgezogen! Ja, okay! Auf das andere! Ja, ist doch gut! Okay, Danny! Ja, du hast recht! Ey, Danny! Wenn du dich so besser fühlst, wenn du das sagst, dann sagst! Ja! Ja, ist okay! Du hast recht! Ich weiß, dass ich recht habe! Ja, deswegen! Geht euch nochmal das Recht! Das ist einfach nur TRUE! Ja, es ist so! Ja, danke auch! So sind die Snap Map Controls! In jedem Modus sind die anders! Wo bist du hin? Weg! Ja, wohin? Weg! Hier ist kein Teleporter! Ja, ich bin weg! Alter! Bist du gestorben? Nein! Er war einfach weg! Ich bin einfach nur auf diese Plattform und wieder zurück gesprungen! Mehr nicht! Hey, Digger! Bei mir bist du gerade mal auf der Plattform aufgekommen und dann warst du sofort weg! Ich habe mich wieder sofort umgedreht, ja? Nein, als ob du dich so schnell umdrehen kannst! Hä? Wenn du dich umdrehst, dann fliegst du noch so ein bisschen! Damage! Wollen wir mal! Nein! Aus! Nein! 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 Warum hab ich nie mehr so... Ich hab eher gedrückt wegen dir! Hast du mich gekillt? Nein! Ich wollte dich glory killen, du Arschloch! Hast du ne Nate geworfen? Ah, Danny! Den hast du noch! Ja, du hast mich gekillt! Danny? Echt? Ja! Wie viel Leben hast du noch? Äh, elf! Oma, jetzt verpiss dich von mir! Nein! Du f***! Geht doch nicht! Da fliegt er einfach! Kollege, Alter, was soll das hier? Na... Oh, f***! Junge! Du denkst, ich kenn nicht die ganzen Meingames hier auf dieser Map, Junge! Ich bin so ein Pro auf dieser Map! Ja, man! F***! Ich bin so ein Pro auf dieser Map! Was? Das war so gut! Ich wollte eigentlich nur darauf hinaus! Vergebrannt! Das war halt gestaged! Nein! Wer versuchts da? Roman! Als ob du's noch nie geschafft hast! Nein! Wie denn? Ich mach'n Duffer-Duffer, ich komm'n nicht hoch! Leo? Ja? Wollen wir Quake in 1v1? Wir machen doch grad das Event! Mach' den hier halt den Maul, oder? Nimm doch einfach mal einen Loose hin! Das ist so Füße auf... Füße auf... Füße auf wie ein Kind, ja! Ja, also... Wer könnte jetzt aufhören? Ja! Nee, ist das ganze Event vorbei? Nein! Wir kommen... Wir machen... Wir machen drei aus... Besten aus drei! Den hier hat seine Chance auf Redemption noch! Was heißt ja Redemption, Digger? Es juckt mich nicht, wo ich bin! Ich bin entweder... Junge, dann f*** ich mich vorab, wenn sich nicht juckt, Alter! Das existiert doch einfach... Ich reg' mich doch gar nicht mehr auf! Ah! Ja, jetzt reg' ich mich auf! Du reg' dich doch nicht so auf! Ich weiß gar nicht, warum man die Map nicht so mag! Ja, aber du magst sie nicht! Ja, okay, wenn du sie nicht magst, dann kann ich dagegen nichts machen, ist ja okay! Ach so! Hä, wieso bin ich jetzt Master? Frech! Vielleicht magst du ja die nächste Map! Wenn ich sie gepublished kriege! Also man hat diese eigenen Klassen noch nicht bei Level 1! Oh, jetzt geht den ab, Alter! Ja, Mann! Also Waffen auf der Map kann man nicht finden! Nein! Du hast nur zwei Waffen! Jetzt spielst du nicht bei den Reader-Schutz, dass du dein Stuff holen kannst, aber... Du musst dich Sachen hier... Alter! Ach so! Moment! Was da... Alter, Kasper, ich hab dich voll... B-Lat getötet! Wie... Oh! Hä! Hä! Was sollst du gegen die Wand rum? Ja, ich hab... Ich hab meine Keeper links hier noch... Ich wollte gerade wieder... Ne, schmeißen! 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 Kasper, warum springst du da runter? Ja, ich dachte, da kann man runter... Ja, ich dachte, da kann man runter... Nur Lava ganz unten... Ich dachte, da kann man runter... Ja, da ist ein Portal runter gewesen... Ich dachte, da wäre auch Fläche noch... Ne, da musst du die Treppe runtergehen... Ich bin runtergefallen... Guck mal, wie lang bin ich jetzt ohne Musik, Alter... Ja... Kann ich meine Musik hören? Ja, ich kann sie machen... Uhhh... Eiler... Warte, wer ist das da? Leo! Leo, warte, 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 warte... Warte, wenn ich meine Musik höre... Ach... Ey, was schörst du mich beim Tanzen, Alter? Warum bist du am Rote gedenct, Alter? Ich wollte Musik hören... Ich verstritt jetzt, Alter... Ich dachte, du wärst aus Versehen auf F1 gekommen... Wie als ich... Als ich mal mit Leo gespielt habe... Hat er bei Kai gespielt... Und dann... Er hatte... Warte, wenn ich meine Musik höre... Ich verstritt jetzt, Alter... Ich dachte, du wärst aus Versehen auf F1 gekommen... Als ich mal mit Leo gespielt habe... Er hatte... Er hatte Armor... Er hat ja Armor gespielt... In... In so einem Clan und sowas... Deswegen hatte er so Makros... Und ich bin dann auch so dran gekommen... Und da war irgendwas mit F1... Und dann tante ich da voll rum, Alter... Mit einem Fighten... Ey... Oma... Freak... Ne, du... Ey, dass du so viel HP hast... Aber... WTF... Naja... Bist halt scheiße... Wie kann ich scheißen... Wie kann ich scheißen... Das geht nicht... Das ist jetzt unmöglich... Genauso das Titanic... Äh... Gesunken ist... Das ist auch unmöglich... So hab ich's gemacht, Alter... Und jetzt stirbst du aber... Vorher nicht... Ey... Oah... Zuschlagen ist hier auf F, Alter... Ich drück E und wirf den Nade auf dich... Fuck, Alter... Der hat sich selbst gekillt... Er hat sich selbst gekillt... Ja, nein... Ich hab ihn gekillt... Moin, Alter... Das... Das seh ich erst... Nachdem... Nachdem er wieder gespawnt ist... Blit... Da waren jetzt zwei... So meine Beine... Digga... Geh doch mal drauf... Nein, warum drück ich... Ey... Plus F, drück... Ey... Kasper... Was? Wir könnten ja Halo... Zu der... Dingens hinzufügen... Zum Map Pool... Das hat nicht jeder... Map Pool? Ich weiß... Nicht Map... Äh... Wie war's mit Map Pool? Sorry... Game Pool, Alter... Meine Güte... Was ich mir mal versprechen, Alter... Gott... Bin noch einmal nachgefragt... Oh... Du... Ist unglaublich, Kasper... Unglaublich... Mein Gott... Muss das sein... So ein Scheiß... Aber auch... Na gell, Kasper... Stirb doch einfach... Oh, Alter... Du bist nicht mehr auf mich... Ich bin fast dead... Ja, ich seh's... Die Nades machen voll viel Damage... Nein... Ich hab keinen Plasma-Bomb mehr... Nein... Hehehe... 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 Oh, der sieht's nicht mal, Alter... Was bist du von ehrenloser? Hehehe... 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 Ich hab mich selbst gekillt, weil ich mal einen Teil da reingelaufen bin... Hehehe... 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 Nein, sagst du nicht... Jetzt hab ich Kasper gepusht... Ja, geht's doch gut... Dann hat er wenigstens kill... Ich hab... Ich hab diese Arbeit gemacht, Alter... Hehehe... 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 Alter... Ich glaub Kasper redet's ganz innerlich, weil der Pfeif... Soll er doch. Ich schruisi immer wegen dem halt... Dass hab ich denn die großen nur für einen Besuch... Hehehe... 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 also ich bin immer lang im scheiß gelaufen also die maps sind echt alle zu groß die haben alle gedacht okay ich kotze nicht keine schlechte jetzt zählend machen mit den besten neun also der wo die ersten punkte hat da war das davor aufwärmung zu sagen das bringt es mir zu wissen da bin ich wieder so ein richtiger rentner so auch so was verstehst du sagst du alter es gibt ja so miemann dahinter oder es gibt fast gestoppt ich meine es geht raus bis später jungs er denkt er ich habe gruppen Ja. Sehr easy. Eigentlich habe ich alle gefickt. Ich war auf dieser Rippung genommen. Gib's zu, Romo. Ja, mich hat Leo gekillt. Ich hab's zweimal glorykilled. Drei Mal glaube ich. Nein, Leo hat mich einmal glorykilled. Ich hab's wieder vergessen, hier auszunehmen, Alter. Eugene, please don't copyright strike me. Ich bin so vor oder finde ich hier nicht. Keine Rüstung hier auf der Map. Nikita blieb. Oh, der Timing, Alter. Junge, ich hab beides perfekt getroffen. Ich hab dich gefickt, Alter. Du wusstest nicht mal, dass ich von da kommt. Doch, ich hab dich gesehen. Alter FZ, ich zeig's dir. Na, glaub ich dir nicht. Danke für die Rüstung, Romo. Das war so schön, Alter. Das ist die erste Rüstung, Alter. Halt, halt einfach der Molka so ohne Wiss. Ah, fuck. Ich hör dich da so dumm grinden, Alter. Das fack mich ab. Nicht, dass du mich nicht so hörst, dass du so dumm grinst, oder so. Nee, nee, nee. Rüstung, wie so ne Rasse. Den Red Attack. Ja, was du machst, Alter. Da kann man einfach mit der Toss, da hab ich gehadgett, das. Oh, Alter, Alter. Oh, Alter, Alter. Oh mein Gott, wohin. Oh mein Gott, wohin. Tatsache, Alter. Danke. Tatsache, ich bin der... Oh, 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 oh. Kasper. Oh mein Gott. Der war rein, nackt bei mir, Alter. Digamann. Kasper. Wollen wir mal kurz aus der Map gehadet, Alter. Du hast mich geblockt. Du bist aber so weggebounced irgendwie, Digam. Ich glaub, aus wenn er's gedrückt hab. Ach so. War das geil. Nicht für mich. Das sah witzig aus. Bäm, Alter, aus. Nein! Ach fuck. Biss ich mich nicht. Ja, das ist ja dein Arsch, Enemy. Ich will Roma als Gegner. Ich will Roma als Gegner. Oh lol, der greift nicht. Ich bin gefallen. Das ist meine ganze Duso. Das lässt man nicht spielen. Oh nein. Dreck! Oh, 4 CP. Yo, wie gut ich meine Bomben time, das ist ja richtig sexy Mixi. Du Wichse. Das sollte der ultimative Red Attack sein. Ich glaub, Roma konzentriert sich zu sehr. Ich war verwirrt. Wieso pusht der eine nicht? Ja, ja. Da waren zwei Leute, die mich gesehen haben. Ja, ja. Ich wollte dich umrunden, weil ich gedacht hab, du gehst weiter. Ich hab gedacht, du escapes. Aber du bist dann irgendwann gelaufen. Das einzige, wo ich escape, ist vom Tag auf. Es passt so gut. Ich muss dich aufholen, Digga. Ich will nicht Roman sein. Ich will, dass Roman Roman ist. Leo, als ob du so ein... ...Won Einzeller bist. Warum? Einfach tweet mich verfolgen, ohne dass du denkst, oh, ich super mitten außenrum. Vielleicht erwartest du das. Nein, ich war nah genug, deswegen bin ich einfach dem nachgelaufen. Oh. Oh, ich hab das nicht. Oh, nicht ein Hit. Oh. F***. Ich hab den nur deckt ab. Oh, verpiss dich, Leo. Ja. Nein, warst du kein Goal? Als ob ich den nicht gerökelt hab. F*** dich. F*** dich. F*** dich. F*** dich. Wieso hast du mir zu viel Damage gegeben? Ich bin zu gut. Understandable. 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 Ich versuche Englisch zu reden. Nein, ich verpiss dich. Verpiss dich, Alter. Stirb doch. Nein. Ich hab dich gesnipet grad. Oh nein. Ich hab einen so auf across the map gemacht. Und ich hab dich geholt. Du hast mich geholt. Ja. Ja. Ich hab so geschwitzt. Ich hab so geschwitzt. Ich sterbe einfach nicht. Von den Fights, wo ihr stirbt. Das ist wahr. Guck mal schon wieder. WTF, Alter. Jetzt hau nicht ab, du verf***te Ratte, Alter. Ohne Hit. Ey, ich muss mich heilen. Ich muss mich heilen, Alter. Halt dich Schmau, Junge. Ja. Alter. Hättest du verzweifelt, Alter. Ratte Attack. Du seid den. Fick dich, Alter. Ah, nee. Okay. Nicht du, Danny. Sorry. Ah, krass. Vielleicht hab ich gewischt. Ja, du hast mich geholt, oder? Ja. Ich dachte, ich hab dich geblockt. Ich hab einen. Wir alle auf mich geh'n! Ja! Nein! Oh Mann! Wie viel hast du noch? 42. Hat er da durchgekommen mit? WTF? Du bist durchzulagen. Wie macht das Danny immer, dass er immer mit der Plasma wieder rumläuft und alles tötet? Geil, jetzt freu ich mich auch, der kriegt mich vor auf down. Roman, verpiss dich. Du willst es nicht. Glaub mir, du willst es nicht. Geh weg. Hey Junge, list of what the fuck, Alter. Hab's dir das doch gesagt. Warum läufst du so straight nach hinten? Bewege dich doch mal weg, ey. Ich bin auch noch hinten gelaufen. Hä? Ich hab mich wegbewegt, du bist mir hinterher. Ja, aber, keine Ahnung, warum läufst du in der Straight Line? Mein Kasper, mein Megahalf. Warum versuchst du nicht auszuweichen? Ich wär eben halt vor, weil ich dachte... Ja, du bist der Pro. Ich hab 8,3 Diap. Ey, ich bin der Pro, Kasper, du bist Erster. Ja, grad mit Glück. Mal gucken. Du bist immer noch Erster. Was willst du überhaupt von mir, Alter? Alles nur kurz. Der Verteidiger auf den Podest? Ich hab kein Podester. Ich hab kein Podester. Ich bin tot. Ich bin auch tot. Jetzt teilen wir uns schon das Podest. Ach, Kasper. Als ob ich die Hälfte nicht aufgerufen hab. Wenn du es selber nicht mehr versuchst, dann kann ich da nichts dagegen machen. Ich hab's versucht, aber ich hab mich selbst gekillt. Mann. Wie das aussah. Ey. Nein! Oh, okay, jetzt weißt du, wo Megahalf ist. Nice. Fuck, wie komm ich da hin? Mega-Armor. Digga, warum? Geh, geh doch auf dein Ding. Ja, es ist doch da. Haha, keiner weiß, wo es ist, aber ich weiß es nicht. Ich weiß, wo es ist. Halt's maun. Halt's maun. Halt's maun. Oh mein Gott. Ja, Chief, ich weiß nicht über das. Wir sind zu dritt, Erster. Wie auch. Stimmt, wirst du nicht. Ja, ich kenn die Map nicht. Ich kenn sie, ich hab sie einmal gespielt. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Der ist auch gesessen, Alter. Denny, er dobt mich nicht holt. Er dobt mich nicht holt, okay. Er dobt mich noch holt, okay. Oh man! Ja, fuck off. Ist immer noch lebt, ey! Alter, einer fehlt, Denny. Ich will HP, du hast. Oh man! Was? Piss dich. Hä, wieso? Woher kommst du? Wie, woher komm ich? Ja, wo, woher? Keine Ahnung! Aus Russland. Okay, gut. Alter, könnt ihr mal aufhören alle auf mich zu kommen? Ach, oh man! Was ist denn das? Auf dich kommen! Ha, ha, ha! Ja. Weil jeder im Internet ist Torni, deswegen passt das. Na ja, vor allem zu jetziger Zeit mit der Pandemie. Da hast du nichts anderes, was du hast zu tun. Das f*** mich schon so ab wie Danny mich jedes Mal mit seiner scheiß Plasma-Kanone holt auf Nahkampf. Wenn man vom Teufel spricht, Alter. Ja, Danny spielt wie ein normaler Mensch. Hehehe Leo, du auch, Alter. Bist du für ein Vorbild. He, ich hab doch... Ich hab abgedrückt und Danny war mit einem Fadenkreuz, aber es kam kein Damage. Oh f***. Hey, Roman, ich hab keine Ahnung, was Fabian damit meint, dass der Doomskonto das anhat wie so ein Emo-Sleeve. He? Welcher Fabian? Nö, man hat das gesagt. Junge, er hat doch gesagt, dass mit dem, äh, hier mit dem Marauder-Change, das geht nicht. Ja. Er hat aber auch gesagt, dass Haie im Wald leben. Ja. Ja und, weil wir jetzt wissen, dass wir das nicht tun. Geil, wir haben es aber noch nicht gesehen. Boah, Kasper, dich du auch noch, Alter. Fang dich an. Ich war an dem Tag voll abgefuckt und dann kommt der, da kommt der, da scheiße zu mir, Alter. Sag ich so, hä, nein, äh, Haie können nicht, äh, ohne was zu überleben. Ja, aber willst du es wissen? Ja, ist doch echt so. Alter, ich bin auf nem Rampage unterwegs. Ja, ja, ich hab Danny geschlagen. Fritz das, Plasma-Hure, Alter. Ey, wait, ich raff nix. Oh, man. Leute, wartet mal, ich... Das geht mir grad zu schnell hier, alles. So, die Rüstung soll werden... Warte, Leute, Leute, das geht zu schnell, nein, stopp! Ja, ihr müsstest erst ankündigen, dass ihr kommt. Leute, haben alle mit dem Plasma-Gemäcke gekillt, Alter. Plasma reift jetzt 9 Meter hier. Als ob ich die Rüstung nicht... Junge, ich bin kein White Knight, so. Ich werde mein Schlaf hören, White Knight. Da muss ein Statement von dir jetzt kommen. Ja. Auf YouTube auch schauen. I'm not a White Knight. Yeah, I did exfil-Camping, but I'm not a White Knight. Fuck, ist so warm jetzt, Alter. Ja, das war schon witzig mit, auch warm. Warum klaut der mir meinen Kill, Alter? Das ist so ne Frechheit. Boah, saftig. Mmm, Denny schmeckt. Oh Gott. Uh, Roman schmeckt. Kaspar hat gesagt, ihr findet Traps, gell? Ja, Mann. Ja, ich auch. Wann hab ich's doch gesagt? Wann hab ich's doch gesagt? Die sind nicht gay, hallo? Hast du mir immer gesagt? Warte, meinst du das ernst? Ja. Also Kaspar, deswegen hast du doch einen Gay-Schatz verdient, oder nicht? Ich mach doch Spaß. Achso. Nein, Alter. Ey, doch, doch, doch. Ich hab's mal gesagt, aber es war jetzt Joe. Ich glaub, es war zu. Ja, nee, er hat's niemals ernst. Nein. Junge. Dann. Kaspar ist kein Homo. Hast du? Ich bin kein Homo. Ich bin tot, auf jeden Fall. Hä? Jetzt. Dieser spricht hier. Liga, wo seid ihr jetzt? Liga, wo seid ihr jetzt? Ich hab auf ein Plasma-Ding gewartet, ja? Das war mein Fehler. Alter, hab ich so weggeflogen. Flogen. Oh Mann. Ach komm. Ganz ehrlich, Junge. Ey, warte. Ey, warte. Ey, warte. Hi, Roman. Boah. Da kommt der Arsch, geil. 24, Alter. Der konzentriert sich. Der muss kein Roman sein. Ey. Wie hast du das überlebt? Ey. Du wirst mich verarschen. Nein. Boah. Boah. Warte mal. Ich dachte, du wärst runtergefallen. Das wär safe halt tot. Aber da war ja so ein Stein-Trip, wo man sich abfangen kann. LOL. LOL, Alter, wer kommt denn da? Kasper kam wie in so einer Sitcom einfach durch die Tür und da kam das Lachen, Alter. Ja, ich bin rückwärts zu dir gekommen, weil ich auf Roman gehabt hab. Und dann seh ich, du stirbst auf einmal bei der Geschosse. Lieber zum alten Sitcoms, wenn halt eine prominente Person reinkommt. Ja, genau so war's, Digga. Oh, hi. It's Kasper, Digga. Oh, du bist draußen. Ich hab knapp gewonnen, ne? Also, Roman ist Roman. Ja. Ich bin dritter Platz, ich feier mich hard up. Ich bin jetzt dieser eine Meme von Doom Eternal bei den Game Awards. Ne, das muss ich sein. Ich bin dritter. Ja, das ist Kasper, weil er dritter ist. Ne, ich muss das sein, weil ich einen Rang verdient habe. Ja, okay. Ja, vorbei jetzt. Ja, vorbei jetzt.